so leute das erste mal free ride das relativ langsam erstmal weil einfach die erfahrung noch nicht da war und werde ich nächstes mal auf jeden fall besser machen da wird ein bisschen mehr geheizt und jetzt würde ich erst mal sagen film ab gib ihm und Das war's für heute. 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 Das war's für heute.